Wir gehen davon aus, dass mit dem neuen geplanten Projekt Veranstaltungszentrum in Konstanz die Wettbewerbsfähigkeit und die Positionierung des internationalen Bodenseeraumes zunehmen wird. Und mit Ihnen... Mein Gott, was soll der Mist denn jetzt? Das heißt für Sie in Konstanz mehr Touristen, die mit Ihnen im Berufsverkehr stehen und mit Ihnen am See liegen können. Alle rund um den Bodensee werden von einem qualitativen Angebot profitieren können, allen voran wie in Friedrichshafen. Denn wenn es auch in Konstanz ein Angebot im Businessbereich gibt, haben wir vielleicht einmal die Möglichkeit, uns ein wenig zurückzulehnen.